Es ist Zeit für Fölix Nachgefragt und ich begrüße Andreas Rinke, er ist politischer Chefkorrespondent der Nachrichtenagentur Reuters. Herr Rinke, ein Triumvirat an der Spitze der SPD, das wird aus der SPD heraus als gelungen und als gutener Wurf gefeiert. Wie sehen Sie das? Ich glaube, dass es auf jeden Fall ein Schritt war, der in dieser sehr, sehr schwierigen Übergangsphase für die SPD etwas Stabilität garantiert. Es ist natürlich noch keine Lösung, aber die SPD hat entschieden, dass sie am 24. Juni jetzt weiter entscheidet, wie es weitergehen soll. Und ich denke, aus Sicht einer Stabilität der Regierung war das der richtige Schritt, den die SPD gestern gegangen ist. Es hat sich aber doch auch rauskristallisiert, dass keiner von den dreien es weitermachen will und so recht scheint auch niemand da in Sicht, der es machen will. Die Taz hat da schon so viel Sand getitelt. Schwieriger Job ohne Zukunft als Stellenbeschreibung. Das sehe ich nicht ganz so. Es ist eine sehr schwierige Situation im Moment für das ganze Spitzenpersonal der SPD. Sie haben eben auch gehört, dass es eine Diskussion über eine Doppelspitze gibt. Also es heißt, jeder, der sich positionieren muss, muss erst mal wissen, unter welchen Gesichtspunkten und welchen Bedingungen er antritt. Es kann sein, dass es eine Mitgliederbefragung gibt. Ich denke, dass das Führungspersonal sich im Moment neu sortiert. Sie haben noch Zeit bis zum 24. Juni. Dann wird erst mal eine Entscheidung über das Verfahren getroffen. Und ich denke, danach wird es schon Kandidaten geben für diesen Posten. Ich glaube nicht, dass die SPD führungslos bleiben wird. Aber dass die Partei sich jetzt zu lange lähmt, als Innenregierungsverantwortung sehen Sie auch nicht? Das Risiko besteht natürlich. Aber ich glaube, man hat gestern versucht, eine Trennung vorzunehmen zwischen dem, was in der Partei passiert und dem, was in der Regierung passiert. Das ist auch von Unionsseite betont worden. Merkel hat gesagt, dass sie in ständigem Kontakt mit Herrn Scholz steht, was eigentlich auch selbstverständlich ist als Vizekanzler und Kanzlerin. Man hat also gestern versucht, etwas den Druck rauszunehmen und das Überschwappen der Nervosität von der Partei SPD auf die Bundesregierung, dass man vor diesem Risiko steht. Ich glaube, das ist erst mal gelungen. Sie haben eben Herrn Kahrs gehört, der eigentlich in vier Jahreskategorien schon wieder denkt bis zur Ende der Legislaturperiode 2021. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das wirklich so lange dauern wird mit dieser großen Koalition. Aber ich denke, für den Moment ist der Druck auf die Regierung erst mal herausgenommen. Wir reden gleich noch mal über das mögliche Ende der GroKo. Ich würde noch einmal gerne auf diesen Umgang mit Andrea Nahles zu sprechen kommen, der auch viel zitiert wird. Man sei nicht gut mit ihr umgegangen, die politische Kultur sei ein bisschen verroht. Haben Sie das auch so gesehen? Es gab natürlich eine ganze Reihe von persönlichen Angriffen vor und vor allem hinter den Kulissen, die Andrea Nahles zu schaffen gemacht hat. Aber sie ist auch etwas Opfer geworden von einem Denkansatz oder einem Versuch, den eigentlich beide Koalitionspartner gegangen sind, nämlich die Trennung der Regierungsarbeit von der Parteiarbeit. Das ist eine Situation, die sowohl bei der SPD als auch bei der CDU vorhanden war. Da die Trennung der Ämter, Kanzlerin, CDU-Vorsitzende und bei der SPD Andrea Nahles, die ganz bewusst nicht ins Kabinett gegangen ist. Diese Spaltung, diese Kluft zwischen Regierungsverantwortung und eigentlich dem, der Erwartung, dass man für die eigene Partei klarer macht, wo man über die Regierungsarbeit hinaus steht, das ist, glaube ich, misslungen, weil es Erwartungen geweckt hat auch an Andrea Nahles, an Andrea Nahles, die sie eigentlich nicht erfüllen konnte. So richtig scheint das in der CDU ja auch nicht zu gelingen, wenn man mal die Ergebnisse der Europawahl sieht. Annegret Kramp-Karrenbauer sitzt auch alles andere als fest im Sattel. Was, was hat sie falsch gemacht bisher? Na, zunächst mal hat sie Glück. Damit würde ich beginnen, dass die SPD-Krise etwas die Probleme, die es auch bei der CDU gibt, überschattet. Sie haben einen Schwachpunkt, würde ich das nennen, im Moment erwähnt, nämlich die Diskussion um die Parteivorsitzende. Hier werden auch intern Fehler vorgeworfen, vor allem im Wahlkampf vor der Europawahl. Da geht es um die Auseinandersetzung, das Video von dem YouTuber Rezo, das ist bekannt. Aber die reichen auch weiter zurück, die Fehler, die ihr intern gemacht werden. Sie hat nach ihrer Wahl zur CDU-Vorsitzenden zunächst mal versucht, die Partei zu einen, ist stärker auf die Konservativen und auch auf den Wirtschaftsflügel zugegangen, sodass ihre eigenen Unterstützer schon unzufrieden waren und von einem vermeintlichen Rechtsruck der CDU geredet haben. Und das ist für sie sehr schwierig, diese Balance zu finden, weil auch an sie Erwartungen gestellt werden, die sie eigentlich nicht erfüllen kann, weil sich die Parteivorsitzende nicht automatisch gegen die Kanzlerin und gegen die Regierungsarbeit stellen kann. Gleichzeitig von ihr erwartet wird, dass sie aber für mehr Profil sorgt. Es gibt ja jetzt Stimmen, die sich im Sog dieses Nahles-Rücktritts auch in der CDU dazu äußern und sagen, man solle jetzt aus der GroKo aussteigen. Keine wichtigen Stimmen. Aber wie ist das einzuschätzen? Ich glaube, Sie haben es genau richtig gesagt. Keine wichtigen Stimmen. Das ist der Stand im Moment. Es hat immer Leute gegeben, die auch in der CDU unzufrieden waren mit dieser großen Koalition, die ja kein Wunschbündnis ist. Das muss man immer wieder dazufügen. Weder CDU, CSU noch SPD wollten diese große Koalition. Es gab einfach außer Neuwahlen, die, glaube ich, schlecht für das Land gewesen wären, damals keine Alternative. Es gibt auch jetzt die Stimmen, die den Ausstieg fordern. Aber die Führungsspitze will auf jeden Fall daran festhalten. Und man hat das gestern gesehen, dass die CDU ganz klar versucht, das Profil zu besetzen als die verlässliche, die staatstragende Partei, auf die man sich verlassen kann. Kommen wir zur Gretchenfrage. Die Zukunft der GroKo. Was glauben Sie, wie lang hält es? Und wenn ja, wie geht es? Wenn nicht, wie geht es weiter? Zunächst mal muss man feststellen, dass jetzt, glaube ich, nach dem ersten Schock das Nachdenken einsetzt, was eigentlich auf der Agenda steht. Und auf der Agenda-Koalition stehen sehr, sehr viele Punkte, die für beide Seiten sehr wichtig sind. Und nicht nur für Sie, sondern zum Beispiel auch für die Kommunen. Ich erinnere nur an die Grundsteuer, die auf jeden Fall bis Ende des Jahres verabschiedet sein muss. Das Klimaschutzgesetz. Wir haben eine Debatte darüber, dass man mehr für Klimaschutz tun soll. Gleichzeitig tun wir so, als ob man nicht eine Regierung bräuchte, die bis zum Jahresende da wegweisende Beschlüsse fällen muss. Also ich glaube, im Moment sind wir in so einer Realisierungsphase, dass beide Parteien oder CSU noch mitgenommen, alle drei Parteien eigentlich ein Interesse daran haben, dass es weitergeht. So dass ich sagen würde, auf jeden Fall bis zu den drei Landtagswahlen im Osten wird diese Große Koalition bestehen bleiben. Danach muss man, nach den Erfahrungen jetzt, nach der Europawahl sehen, wie schwer der Schock wahrscheinlich für die SPD dann wieder sein wird. Aber möglicherweise sind diese starken Verluste, die auch da erwartet werden, jetzt bei der SPD schon eingepreist. Herzlichen Dank. Andreas Rinke war das von Reuters aus Berlin.